Wieso Herrchen? Schön. Das ist auch noch genug zu fördern für die Tiere. Sehr schön. Einiges, sogar Bohnen. Ja, das sollt ihr gleich noch mal alles sehen. Ich sage erst mal hallo ihr Lieben da draußen. Es ist schon etwas her, dass ich das letzte mal aus meinem Garten gefunkt habe, obwohl das stimmt nicht. Also thematisch oder ortsgebunden war ich schon im Garten, wo ich ein Video gebracht habe. Aus meinem Garten selber habt ihr aber nichts mehr gesehen. Aber heute geht es nun mal weiter. Ich werde euch einiges zeigen. Wirklich mal einen aktuellen Stand des ganzen Gartens. Ja, ich habe nicht ganz so viel Zeit hier verbracht, aber es ist durchaus was passiert, was ihr definitiv noch nicht gesehen habt. Und auch aufgrund der Veränderungen, die der Garten dann immer so hergibt, die Natur so hergibt, gibt es genug Stellen, wo ich dann mal Halt machen werde. Also wir laufen einmal komplett rum. Alles, was mir so über den Weg stolpert. Und ja, für euch soll es ein schöner Start ins neue Jahr sein. Garten, Natur ist ja was Schönes und damit möchte ich euch gleich am Anfang anstecken. Ich bin jetzt selber noch ein bisschen verpennt und ein bisschen, aber ich glaube, das wird sich gleich ändern. Ihr kennt mich ja eins nach dem anderen. Ich würde sagen, ohne lange rumzuparlabern, werde ich einfach mal anfangen, wie ihr das kennt. Würde ich mal sagen, das, was gerade offensichtlich neben mir ist. Und hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu sehen. Ihr erkennt das von mir. Ich habe das ja stehen lassen. Zum einen wegen der Vögel. Die fördern dann hier alles leer. Kann man schon gut erkennen, dass es sehr zerfranst ist. Ja, also Futter für die Tiere hat es jede Menge bei mir gegeben. Das erkennt man auch an anderen Sachen dann. Da unten ist ein Mais gelandet. Das lasse ich aber wohl eher, ja, im kleinen Vandalismus gelten, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch dann der Wind. Aber ich kann mir das schwer vorstellen. Ich habe schon ein paar Sachen, die auffällig waren, dass jemand immer im Garten war. Aber was habe ich denn gerade von der anderen Seite gesehen? Genau hier. Das wird als Futterquelle genutzt. Wunder, wunderbar. So sollte das sein. Und ich habe hier auch noch vereinzelt ein bisschen was drin. Na, wo habe ich denn noch was gesehen hier gerade? Also hier haben wir noch ein bisschen Mais. Dann sieht man hier noch was. Da drüben. Und wo wir dann, da hängt auch noch einer. Aber wo wir gerade mal hier auf der Ecke sind. Ich habe vorhin auf jeden Fall hier noch ein paar Böhnchen entdeckt. Die Gude hier, die hält sich. Tolles Muster, oder? Das sind Stangenbohnen. Davon habe ich ordentlich Saatgut gewonnen. Habe ich zu Hause schon liegen. Das hier kann ich vernachlässigen. Ich finde das sowieso mal spannend zu beobachten, wie das so ist, wenn man das über den Winter lässt. Ob das auch so durchhält bei so großen Bohnen. Aber ich glaube, wenn ich so die unterste anschaue, ja, ihr wisst, was ich meine. Ob die halt keimfähig sind, ob da irgendwie dann noch weiter was geht. Oder ob sie bis dahin dann schon quasi fast zur Erde geworden sind. Ja, so sieht das hier aus. Was ich total spannend finde. Total spannend, wie das Wurzelwerk aussieht. Es sind immer noch die Sonnenblumen. Ne, stimmt nicht. Das ist der... Ist das Mais? Ja, ist Mais. Ich habe mich verguckt. So sieht Mais aus von den Wurzeln. Ich finde das total toll. Echt super spannend, so wie das alles so wächst. Ich denke mal, da wird sich ein bisschen die Erde weggespült haben, alles ein bisschen abgesackt. Biomasse hat sich ein bisschen zusammengezogen. Ja, aber da lässt sich ja wieder was dran ändern. Aber jetzt für die Geschichte ja auch nicht wichtig. Das ist dann eine Sache, die man am Anfang des Jahres so nach und nach machen kann. Ach, wie schön. Also das mit der Futterquelle funktioniert hier echt super. So war es gedacht, die Tiere ein bisschen zu unterstützen, durch den Winter zu kommen. Ja, und hier drüben gibt es hier eigentlich noch was zu sehen. So viel gar nicht mehr. Ja, ja, im Grunde genommen nur hier. Man kann auf jeden Fall deutlich sehen, hier im Rand Frostattacke. Ja, und hier in der Mitte wächst das noch. Da kann man doch einfach mal abwarten, was daraus wird. Das sollte Weißkohl werden. Direkt nebenan. Ja, Rotkohl. Bin ich mir sogar ziemlich sicher mittlerweile. Und ich denke, das letzte Pflänzchen hier vorne, das hat doch wohl eher ein Kohlrabi werden wollen und wird hier bestimmt nicht mehr glücklich. Aber, ja, was alles so durch den Winter kommt und was es dann danach im Frühling Richtung Sommer anstellt, ob da noch irgendeine Überraschung kommt, da schauen wir uns dann irgendwie an, wenn es soweit ist. Ja, hier habe ich noch die Verbene. Die hält sich auch echt, echt, ja, überraschend gut. Wir haben aber auch einen milden Winter. Also, ne, hier oben sieht es nicht toll aus, aber wenn man mal unten guckt, da steckt auf jeden Fall noch Leben drin. Wer weiß, vielleicht kommt das durch, aber ich rechne eher nicht damit. Und, echt spannend. Ja, aber was ich noch viel spannender fand, war, als ich gerade noch zum Mais ging und zu den Sonnenblumen, ist mir hinter euch was aufgefallen. Etwas, was ich mir so das ganze Jahr erhofft habe. Und ich glaube, ich sehe gerade sogar noch ein zweites Pflänzchen. Das sind so die Überraschungen, die kommen, wenn man, ja, die Natur machen lässt, beziehungsweise hat sowieso ihr eigenes Ding. Ja, und dann tauchen mal Pflänzchen auf, die man irgendwie abgeschrieben hatte. Die tauchen viel später im Jahr auf. Als gedacht. Und da vorne ist mir jetzt was begegnet, das möchte ich euch direkt zeigen. Ja, hier wächst noch Porree. Wer hätte das gedacht? Da war ich ja ein wenig enttäuscht. Ah, und hier nebenan, das ist immer so schön anzusehen, diese Struktur dieser... Mal sehen, ob ich gerade ein schönes Teil finde. Alles ein bisschen matschig hier. Ah, das sind schon schöne Strukturen. Da, was die Natur so drauf hat. Ich habe das letztes Jahr auch schon so gerne gezeigt. Echt herrlich. So, und hier vorne sah was aus, als ob es auch Lauch sein könnte. Und ich habe wo ganz richtig geguckt. Ah, der hat schon schwer. Der ist auch sehr dünn. Hier noch ein paar Dinger. Ist jetzt nicht unbedingt zeigenswert, aber da wächst auf jeden Fall auch noch einer. So, was können wir denn hier drüben nochmal anschauen? Hier ist auf jeden Fall was los. Ja, wenn man sich ein bisschen umschaut, ich glaube von euch ganz klar zu erkennen. Hier ist Rosenkohl, da unten ist noch einer versteckt. Da ist einer und da ist einer. Dem da geht es überhaupt nicht gut. Warum auch immer. Der hat irgendwas abgekriegt. Vielleicht faulende Blätter. Das Ding ist am faulen. Oben ein bisschen. Kann durchaus mal passieren. Ja, das lässt sich auch nicht wirklich ergründen, woran das lag. Ja, und dann gibt es hier so Radieschen, die sich wahrscheinlich selbst aussahen. Da sind noch irgendwie alte Karotten inzwischen. Alles nicht mehr wichtig. Hier habe ich Mangold und hier noch einen kleinen Superschmelzkürbis. Habe ich schon Bierkürbis gesagt? Habe ich da hinten bestimmt. Es soll Kohlrabi heißen. Kohlrabi ist das richtige Wort. Ja, der wird irgendwann nochmal verhaftet demnächst. Demnächst, ich weiß nicht. Vielleicht lasse ich ihn noch stehen für Saatgut. Ah, das ist eine gute Idee. Vielleicht lasse ich den stehen für Saatgut. Ja, hier gibt es ansonsten gar nichts Spektakuläres zu zeigen. Also den Abschnitt können wir auf jeden Fall ganz getrost vernachlässigen. Auf der Seite, das kennt ihr auch noch zuletzt, hier hat sich echt nichts getan. Hier habe ich eher ein bisschen was weggeholt, um das Bananenpflänzchen einpacken zu können. Da hatte ich glücklicherweise Hilfe von Sven, weil ich war körperlich überhaupt nicht mehr so weit, dass ich überhaupt irgendwas machen konnte. Und das geht auch nur Stück für Stück ganz langsam zurück. Also hier, das habe ich euch ja schon gezeigt in einem vergangenen Video, wahrscheinlich im November. Ja, das könnte gut hinhauen. Oktober, November. Da gab es auf jeden Fall hier die Ecke zu sehen. So, und wir springen jetzt mal da vorne hin. Ja, hier ist ein bisschen was passiert. Auch hier, das verwundert mich sehr stark, weil das hatte ich gerade alles gefestigt. Ich kann auch nicht mal nachvollziehen, ob hier wer rumgelatscht ist. Aber es gibt schon ein paar Spuren, die sehen echt komisch aus. Also ich habe das an bestimmten Gerüsten gesehen, wie es da aussieht. Das kann nur passiert sein, wenn da wer dran gerissen hat. Also das finde ich schon ein bisschen spanisch. Aber ich will beim Positiven bleiben, bei diesem schönen Gartenrundgang. Ja, und hier vorne in diesem Bereich habe ich ganz bestimmte Sachen gemacht. So, mal gleich aus meiner Sicht einmal ein kleiner Überblick. Und wir fangen hier links an. Hier habe ich ziemlich spät Phacelia ausgesät. Und es wächst und wächst und wächst. Ah, schön ein paar Vögel zu hören. Ja, so, Erdbeeren habe ich vereinzelt. Da waren so viele drin. Also ich habe das ganze Stück hier frei gemacht. Ich habe alles Unnötige raus und habe dann einmal auch noch ein paar Erbsen, nicht? Ein paar Zwiebeln ernten dürfen. Ja, und hier habe ich wieder kombiniert Erdbeerpflanzen mit Knoblauch. Hier unten seht ihr das. Da habe ich sogar schon erfreut, dass der Knoblauch aus dem Boden kommt. Das gleiche hier. Da eindeutig ein gutes Zeichen. Erdbeerpflanzen, hier haben wir auch wieder Knoblauch. Knoblauch. Der wundervolle Rucola, der jetzt nach wie vor noch ganz besonders schmeckt. Also später Rucola, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Da unten haben wir auch wieder ein Knoblauchpflänzchen. Erdbeere. Ja, das habe ich hier alles so ein bisschen gemischt. Dann habe ich hier auch, ja, also überall Knoblauch, Erdbeer. Ja, die Mixtur und ich habe, wie auch erkennen könnt, hier ein bisschen, ja, Holzspäne rein. Ich habe mir morsche Äste geschnappt und habe das hier so ein bisschen reingehobelt. Naja, und das ist das Ergebnis davon. Aber ich bin schon ganz zufrieden hier. Echt, also Knoblauch, Erdbeeren. Das ist echt toll. Aber es sieht so aus, als ob da wer drauf rumgelaufen ist, weil ich habe das alles einmal eben gehabt. Einmal komplett eben. Ja. Naja, so ist das eben, ne? Jo, was kann ich denn noch Schönes zeigen? Oregano sieht zurzeit so aus in der Sonnenfalle. Da habe ich noch eine Erdbeere. Da will ich mal gucken, wie das da wächst. Ja, ihr wisst ja, im Winter sieht nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen aus. Das sieht halt aus, wie es aussieht. Hier habe ich ja auch ganz viele Sachen gelassen. Übrigens auch Fenchelsamen. Sind hier noch jede Menge zwischen. Die können, oh, die haben immer noch richtig Geroch. Wäre ja auch wundersam, wenn es anders wäre. Ach ne, da seid ihr. Jetzt habe ich kurz die Kamera gesucht. Sehr gut. So, hier drüben. Hier habe ich noch wunderbar den Palmkohl und auch einen wunderbaren Gas da unten drin. Obwohl, ist sie noch lebendig? Kann ich nicht so wirklich beurteilen. Jo, oder pennt eine Runde. Aber ich glaube nicht. Hat es eher schwer, würde ich sagen. Hier ist nicht besetzt, hier ist leer und auch viele wunderbare Blätter. Ach, schön. Wäre ich auch bald mal wieder was ernten und mit dem Sven was kochen. Dann eben an der Blick hier auf die verschiedenen... Ne, oder? Oh, ich habe gerade was entdeckt. Gleich mal rein ins Geschehen. Doch, tatsächlich. Das gibt es nicht. Hier, guckt euch das mal an. Das ist ein Radieschen. Das ist ein Radieschen. Dann ist zur Blüte... Oder vertue ich mich da gerade? Ne, es ist doch was anderes. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich hatte hier auch so eine Pflanze drin, die überhaupt nicht mehr gekommen ist. Vielleicht ist das auch die. Aber ich habe das nicht mehr im Kopf. Hier seht ihr eigentlich den Platz, wo die Bananenpflanze die ganze Zeit stand. Ich bin so froh, dass ich von Sven noch Hilfe bekommen habe, die einzupacken, weil ich selber war überhaupt nicht mehr in der Lage, überhaupt irgendwas zu machen. Körperlich, psychisch, ihr wisst ja, was los war oder ist. Ja, aber jetzt im Moment geht es hier rum und die Bananenpflanze, muss ich sagen, die war sehr robust. Die hat ein paar Minusgrade mitgemacht und auch nach Hause haben welche von den Babybananen gefunden. Die Pflänzchen konnten unten abschneiden. Ab im Blumenpott sah erst sehr übel aus, aber da... Also bei mir sind schon zwei Blätter jetzt drin. Und ja, wir haben das Ganze eingepackt. Und wie wir das Ganze gemacht haben, das zeige ich euch jetzt. Sieht mich verwahrlost. So sieht sie nach Minustemperaturen aus. Ich habe da hinten, könnt ihr schon erkennen, da stiefelt jemand rum. Das ist ja liebe Sven. Dann habe ich gebeten, mir zu helfen, die jetzt für den Winter einzupacken, weil ich nicht mehr so die Kraft dafür habe. Und ja, die Babys nehmen wir auch nochmal mit und wollen die versuchen zu retten. Kommt auf jeden Fall durch. Die wird schön eingepackt. Und ja, mit Sven's Hilfe kriegt das auf jeden Fall hin. Und nun kommt ein bisschen von dem Ganzen. Sven hat gerade eine... Genau. Das wird alles über den Winter Wärme produzieren. So hatte ich mir das gedacht. Hat letzten Winter ja auch funktioniert. Immer jetzt ran. Das wird dem Ganzen Wärme schenken und die Wärme drin behalten. Ich habe extra ein bisschen mehr Platz gelassen. Das sind bestimmt 15 Zentimeter. Und ja, weil die wird noch ein Stück rauskommen dann nachher im nächsten Jahr. Ganz so einfach ganz, gar nicht mal so schlecht. So, weiterhin hier überall aufgeschichtet. Zwischen Zwiebelprinzip, jetzt auch Holz. Und hier oben nochmal einen umgedrehten Pott. Und jetzt packt Sven noch was drauf. Das ist etwas, was ich geschenkt gekriegt habe. Das dient doch jetzt wunderbar. Ich hoffe, das passt. Sitz wie angekochen. Sitz wie angekochen. Ist das sturmstabil? Ja, eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass der dir wegkommt. Damit er den Winter hebeln kann. Sieht aus wie ein Fingerhut. Wie groß. Ja. Ja, ziemlich robuste Pflanze würde ich sagen. Ja, kann nicht glücklich mit sein. Also wenn man sich mal überlegt, dass das Ding echt erfroren aussah, die Blätter. Ist es doch mal wieder so ein kleines Naturwunder, was man beobachten kann, dass dann doch die Natur wieder ihren Weg findet. Und ich muss auch sagen, also ich habe zu Hause Pflanzen, die ich echt monatelang nicht gegossen hatte. Also jetzt nicht aktuell, sondern generell in der Vergangenheit. Und da haben wirklich nach Monaten selbst ein Benjamin und so weiter. Also wenn man selber seine Energie reinsteckt, kommt da ja auch bei der Natur wieder was an. Man ist miteinander verbunden. Und dann ist es so wie bei dieser Pflanze. Gut, jetzt gehe ich aber nochmal ein Stückchen zurück. Hier ist ja noch das ehemalige Zuschauerbeet, das Currykraut, das kommt auch gut durch. Muss ich aber sagen, für den Kücheneinsatz, so viel braucht man gar nicht. Die Minze oben, die kommt auch durch, die Ananasminze. Hier ist ja auch noch was am Wachsen, Wiesenknopf hier unten. Alles noch super vertreten. Ja, aber was gibt es Tolles hier zu zeigen? Ich finde, zeigenswert auf jeden Fall ist hier ein Pilz, der bei mir wächst. Für viele vom Anblick vielleicht nicht so das Ding. Konsistenzmäßig und so werde ich auch zu kämpfen haben. Ich habe ihn noch nicht probiert. Das ist der gelb-goldene Zitterling. Bei Pilzen muss ich gleich immer noch dazu sagen, es ist einfach so. Macht euch selber schlau. Habt großen Respekt vor Pilzen. Nicht einfach futtern, auch wenn ich euch das hier zeige. Es ist unglaublich wichtig, mit Respekt und Verstand daran zu gehen und nicht alles auszuprobieren. Das kann ziemlich übelst schief gehen. Aber bei dem hier weiß ich, dass es der gelb-goldene Zitterling ist. Ja, wunderbar. Was gibt es sonst noch zu sehen? Hier war ich natürlich gar nicht bei. Das wären so Sachen gewesen, die hätte ich durchaus gerne gemacht. Aber Thymian sieht super aus. Der ist richtig doll gekommen. Und eine Artischocke hat sich durchgekämpft. Ja, sah aber zwischenzeitlich auch so aus, als ob was anderes kommt. Ja, das ist halt so eine Sache. Hier sollte ich frei machen. Alles mal so die Konkurrenz der Artischocke. Ja. Ein bisschen entfernen hier aus dem Boden, damit die ihren Platz kriegt, die sie braucht. Oh, ich sehe gerade, das sind zwei Stück. Seht ihr das? Sind das zwei? Ich bin ein bisschen... Naja. Hier übrigens bei den Zwiebeln, das ist Saatgut, was sich verteilt. Da werde ich bestimmt hier noch irgendwas Lustiges drin wachsen haben. Da unten, da wächst das Judas Ohr. Wie geil ist das denn? Also, ich kann auch den zweiten essbaren Pilz in meinem Garten begrüßen. Das ist das Judas Ohr. Mal sehen, ob hier noch mehr zu sind. Ohr, wow, geil! Genau sowas möchte ich haben. Ach, schön. Ja. Sieht man hier noch mehr? Muss man ja mal ein bisschen erkunden. Ach, witzig, hier hängt das. Das habe ich gar nicht wiedergefunden. Das hing, als ich hier in meinem Garten... Also, als ich hier angefangen habe, war das mein Türschließer für die Gartentür. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Immer dran vorbeigelaufen, wie es aussieht. Ne, hier ist erst mal nichts zu sehen. Aber hier wächst was. Oh, 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 oh. Es sieht jetzt hell aus, aber das sieht aus wie vorne beim goldgelben Zitterling. Das könnte ja sein. Nur vielleicht zu viel Feuchtigkeit, dann wieder zu viel Trocknen. Ich weiß nicht, was das Ergebnis beeinflusst hat. Ja, einmal von links nach rechts. Da vorne in der Mitte haben wir den Rhabarber. Dann haben wir hier noch den Pfännchen. Den kann ich durchaus mal wegschneiden. Ich weiß gar nicht, warum ich das habe stehen lassen. Aber vielleicht waren noch die Tiere bei. Genau, ich glaube, die habe ich da noch irgendwie gesehen. Und ja, das sollte Rotkohl sein. Keine Ahnung, ob daraus noch was wird. Das steht hier schon so lange. Erdbeerpflanzen. Hier vorne ein Blutampfer. Ja, echt toll. Hier haben wir auch noch den Knoblauch, Knoblauch-Schnittlauch. Also der hier. Der, der verteilt sich. Ja, ich finde das total spannend. So, und hier will ich euch noch die Artischocke zeigen. Da ist sie. Ah, echt schön. Also da wird die ein oder andere Artischocke richtig schön blühen. Ja, ich hatte ja an verschiedenen Stellen welche. Eine wurde mir abgemäht, die andere. Naja, passiert. Ich werde jetzt mal direkt so mit euch rumtingeln. Denn, oh, da liegt noch eine Zucchini. Das habe ich gesehen. Ja, wir tingeln hier hinten mal rum. Hier sind meine Gartenschuhe, die ich die erste Zeit immer benutzt habe. Ja, hier war das Beet immer, wo ich Salat drin hatte. Ganz ehrlich, das ist voll von Sachen, die raus sollten und dann würden die Dinge auch wieder kommen. Da bin ich mir sicher. Hier haben wir jetzt Girsch zwischen Brennnessel, Brombeere. Ja, und halt sehr viel Laub. Andere Sachen, die sich da noch rein verirrt haben. Bisschen Gras. So, aber das Schöne ist, hier vom letzten Jahr hat sich Saatgut hier rüber eingeschlichen. Ich habe das ja hier mal abgedeckt mit Mulch. Das hat sich schon echt gut reingefressen. Kann man wunderbar sehen. Ja, und was macht sich hier breit? Der Portulak. Echt toll. Immer mehr verteilt er sich. Der kommt hier an allen Stellen raus. So war das gewünscht. Ach, herrlich. Also ich hatte jetzt nun nicht den Plan, von da drüben das Saatgut sich hier aussehen zu lassen. Also jetzt direkt hier rüber. Aber, aber, ja, das ist ja das, was man sich im Garten wünscht. Dass sich das alles so ein bisschen selber verteilt. Ach nee, guck mal, was hier kommt. Na, was haben wir denn hier? Oh, wie geil ist das denn? Hier haben wir Fettsäure, der kommt hier an der Seite raus. Das ist ja mal schön. Ja, Felsalat hatte ich hier auch drin. Da muss ich hier mal gleich mal an einer anderen Stelle gucken. Ihr seht auf jeden Fall, der Garten ist ein Abenteuer. Und ich finde den ganzen Tag, ja, hier hervorragend soll. Hier macht sich auf jeden Fall richtig viel... Ihr könnt das wunderbar sehen, aber ich muss auch sagen, sehr viel Konkurrenz von der Brennnessel. Jo, muss man mal gucken. Aber ich finde das da hinten beim Hochbeet schon echt geil. Ja, es gibt ja so viel, was man im Garten machen könnte. Also für alle, die noch im Garten wollen und noch Lust haben, ich werde euch da oben mal was verlinken. Und zwar habe ich im Herbst schon ein Video gemacht für alles, was ihr bis Frühjahr quasi machen könnt. Das ist universal. Guckt euch das mal an. Da könnt ihr noch auf jeden Fall viel Inspiration kriegen. Mehr wird es auf jeden Fall drin. Demnächst geht es ja auch beim Saatgut weiter. Und bei dem Thema habe ich ja schon Videos gedreht. Aber es gibt noch Sachen, die ich ergänzen möchte als Gesamtpaket, auf das ich dann letztendlich immer verweisen kann. Und da kriege ich wahrscheinlich Hilfe. Da sage ich aber mal, lasst euch überraschen. Das Tolle aber dabei ist, dass das etwas ist, wo ich auch ein paar Fragen aufklären möchte. Fragen, die so generell aufkommen bei jedem, der mit Gärtnern anfängt. Es gibt ja Sachen, die einen verwirren. Da blickt man so schnell nicht hinter. Und da möchte ich ein bisschen Mithilfe auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir da ein bisschen Aufklärung schaffen. Da habe ich auf jeden Fall jemanden, der da richtig Bescheid weiß. Und ja, das soll irgendwann dann losgehen. Zeitlich schauen wir mal, wie das dann kommt. Ihr wisst ja, bei mir ist sehr viel los. Warum erwähne ich das gerade? Weil es ganz wichtig ist für alle, die noch Fragen im Kopf haben. Denn ich werde nicht nur eigene Fragen zusammenstellen, die euch sicherlich weiterhelfen, sondern ihr könnt selber noch Fragen, die ihr irgendwie habt, am besten unter dieses Video als Kommentar schreiben, damit die dann irgendwie da noch reinfinden in diese Sache. Und dann werde ich das weitergeben. Und dann werden wir uns so die, denke ich mal, den wichtigsten Sachen widmen und die dann an euch weitergeben. Nun gut. Ja, ich denke, ich habe euch aus jeder Ecke im Garten irgendwie was gezeigt. Hinteren Bereich jetzt nur nicht. Das war jetzt gar nicht so wichtig. Man muss es ja noch ein bisschen spannend und interessant halten, wenn man sowas macht. Zu einem anderen Zeitpunkt werde ich da sicherlich mehr zeigen. Ich habe da ja euch gerade die Judas-Ohren gezeigt. Da habe ich hinten noch eine andere Stelle mit Pilzen. Und das will ich auf jeden Fall auch noch erkunden, was da so abgeht. Aber es ist schon mal schön, da vorne welche im Garten zu haben. Sehr, sehr schön. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen und vielleicht das erste Mal da sind, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die ganze Sache begleitet und unterstützt. Lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal mitbegrüßen dürfte. Es wäre mir eine Riesenfreude. Ich möchte auf meinem Kanal etwas bewegen. Darum geht es hier. Veränderungen im Kleinen. Das, was mir an Möglichkeiten da ist, zusammen mit euch. Alleine geht sowas nicht. Und ja, ich freue mich auf alles, was so kommt, wie das Leben dann so hinschickt. Heute für hier sind wir durch. Ich kann euch noch empfehlen, schaut doch noch mal bei den Playlists rein, die ich euch noch jetzt am Ende einblende. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss, euer Lars. Ich bin raus.